Her und Willkommen auf meinem Kanal, Maseril darf es erstmal. Wir spielen heute ne Runde War Thunder, ja War Thunder mal. Und wir spielen die realistische Seeschlacht. Gibt's Flugzeuge, Hochseepote und Küstenflotte. Ich würd sagen, eine Sache sag ich euch noch, und zwar nehmt das Ganze nicht so ernst, manche Aussagen sind alles nur Spaß, sollen nur zur Unterhaltung dienen, sollt keinen beleidigen. Danke, meine Damen und Herren, jetzt in die Runde, bis dann, ciao, ciao, bis gleich, ciao. So Leute, ich würd sagen, wir sind jetzt in der Runde, wir warten noch, bis das Spiel beginnt. Da kann ich schreien. Nein, also er ist in der Zeitung, okay. Was ist denn ein Angriff? Wir haben das, ich hab das in Hochseep, ne, Hochseepot, nein, das ist ein Küstenflottenboot. Ich hab nicht so gut bewahrt, dafür aber schnell und wendig. Wir müssen den Traum, wenn den Feind klein kriegen. Erstmal markieren, dass wir mal dahin müssen. Auf geht's. Danke schön. Aber, ja, das ist jetzt eine Mission gewesen. Was mich wegdrehen muss. Schöne Mission. Danke. Danke für Ihr Verständnis, Sie mich umbringen. Ich danke Ihnen dafür. Zumindest ist es probiert, erbringt. Äh, er fahrt mir einfach nieder. Das ist aber nicht nett. Ich bin da, dass ich mich umbringen kann. Ich habe eine Uhrzeit gemacht. Ich habe eine Uhrzeit gemacht. Ich habe ein paar Uhrzeit mit mir. die mich berühmt eigentlich wenig bis mit zu weit weg Lüttemberg Lüttemberg das so realistische Lüge untergehen weil ich sie nicht nur sicher nicht wissen ich muss nur spielen aber irgendwie macht es mir ganz fun ich bin mir macht das fun dass ich die untergehen lasse ok ich glaub der hat ich glaub der lebt nimmer kaputt hallo liebst du noch hallo hallo und noch mal drauf ich bin und ein ganzes zu böse zu viel gegner da hinten Ich fahr das jetzt eigentlich gerade mitten rein, ich, ja, das verstehe ich nicht so richtig, ähm, ich brauche eindeutig andere Waffen, bessere Waffen. Jetzt einfach weiter, einfach den Beschuss auszuweichen, am besten soll man hinter diesem Laster verstecken, sonst würde ich kritisch hier, einfach durch, einfach durch, einfach durch. Und dann natürlich ein kleines, kleines, kleines Problemchen, wiederholen wir Probleme, wir werden hier abgeschossen, wir brauchen Unterstützung, das sind nicht eindeutig zu viele Schüsse, wo ist die Flugzeugunterstützung, wenn man sie braucht? Wo ist die, wo, wo? Wir gehen nicht rauf! Hohoho, ich weiß, was du nicht weißt, du hast mich nicht abonniert. Oh, fuck! Oh, fuck! Das ist mir leid. Ähm, wir brauchen halt irgendwas, wir brauchen einmal Fisch oder so. Ich gebe uns meine große Fregatte, mein... ...Kommandant. Was? Dann brauchen wir aber jetzt wieder eine gefühltere Stunde, bis wir dort sind auch. Das ist doch wurscht. Und das wäre das, was wir nicht bewegend. Ach, was ist es? Nein. Nein. Komm, tiff, tiff, tiff. Oh, knapp. Knapp. Du hast getrafft, mein. Pustet sie weg. Pustet sie weg. Wir brauchen noch fortige Feuerunterstützung. Pustet sie weg. Wir kriegen hier aufs Maul. Helfen sie uns. Wir kriegen hier her und dich aufs Maul geschossen. Fortige Feuerunterstützung, obbitten wir. Ja, wo sind sie noch? Ja, wo sind sie noch? Sie sind doch noch vier. Ja, nee. Wir müssen uns sehen da drüben. Vorunterstützungsfeuer einrichten. Lassen Sie den Messer messen. Wir brauchen eine richtige Feuerkraft. Oh Gott. So. Treffen. Komm. Triff. Wir müssen das Gershift erzählen. Das Gershift wird dich haben. U-Boot dabei. Töten wir es. Benichten wir es. Voller Kraft auf das U-Boot legen. Schießt ihn weg. 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 Okay. Oha. Na komm alles in Kampffrennis geht. Ich hab' zu nicht mehr viele Aufwand wort. Wir werden verschaffen. So. Weg. Schiff, ich mich töten. Hallo. Oh. Oh. Wo sind meine U-Booten? Ich verstehs grad irgendwie nicht. Wo sind meine U-Booten? Wo sind meine U-Booten hingewiesen? Hä? Was? Meine U-Booten mögen mich glaub ich nicht. Kann sein, dass mich die U-Booten nicht mögen, weil sie mir einfach komplett aufs Maul grad gegeben haben. Aber wir sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. So Leute, wir sind jetzt in der nächsten Runde. Wir schauen, dass wir nochmals rausreißen. Als der Runde haben wir jetzt gewonnen, aber wir müssen weiter kämpfen. Ich glaub, dass wir jetzt so nicht gewonnen haben, glaub ich zumindest. Aber egal, ob wir jetzt gewonnen haben. Aber wir müssen kämpfen und siegen, ja. Nein, doch, wie es aussieht. Schon bin ich verreckt. Ja, wahrscheinlich. Ich bin traurig. Ich lebe nicht mal fünf Minuten und bin schon tot. Ich bin traurig. Ich bin traurig. Ich bin traurig. Auuu. Da, höchische Schichtchen. die Schichtchen. Ich bin traurig. Diga. Sybtyka. Entja, resp. Näht. 영and. Sbeklusifant. Wir kriegen eine auf die Mütze Sofortige Feuerunterstützung brauchen wir Wir kriegen gerade ehrlich Einer aufs Maul hier AAAAAH 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 Wir wurden zerstört. Das darf doch nicht sein. Ich würde sagen, das war's mit der Folge. Wir brennen hier noch von uns hin. Ich würde sagen, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Aber nicht brennend. Ich sage, ciao Leute. Ciao.